recht herzlich willkommen zur 124 folge von grand age medieval ja wir haben unseren händler hier irgendwo ne der war es nicht mehr wie ist ein anderer dann noch einer ja hat man glaubt anhand der hat jetzt hier gerade noch was metalle drinnen sollte der den ich da abliefern aber wenn dann werden wir blödsinn gemacht ne arbeiter fehlen und rohstoffe fehlen und welche rohstoffe fehlen hier war das gar nicht oder da fehlt jetzt arbeiter 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 und rohstoffe für stoffe und fehlt dann wolle oder sowas nach metzgerei fehlt fleisch arbeiter überall für ein arbeiter ist auch bei den stoffen da fehlen dann die dingen die wolle fehlt da gut dann nehmen wir da mal ein bisschen mit da geht nicht immer mal 30 nehmen wir 30 mit jetzt haben wir jedoch die metall darin das weiß ich gar nicht mehr wo wir die brauchten die metall aber müssen wir noch mal checken arbeiter so mal hier gucken hier ist ja jetzt alles gut am laufen da gibt es kein symbol dann sehen uns da noch mal hingehen jetzt ist doch wieder mit rohstoffe fehlen stopp wieder zurück hier fehlt das metall da ist doch hier die schmiede braucht er jetzt eisen oder oder metalle so und wenn unser händler ankommt dann fehlen die nämlich nicht weil die dann in dem moment gewertet werden wahrscheinlich als ob sie da wären oder weiß ich nicht auf jeden fall packen wir die aus sondern sollte das verschwinden da ist es auch so und jetzt gehen wir dahin so und hier fehlen halt arbeiter ist klar und rohstoffe fehlen rohstoffe waren hier da haben wir gerade die wolle eingepackt sollte funktionieren ja schauen wir mal dass wir dann die wolle hingeben und die loswerden passt gut ja was produzieren die dann hier stoffe haben wir gerade die wolle angeliefert ne steigt dann aber mein bruder ziehen die ja auch aber das funktioniert irgendwie nicht ach so da können wir noch mal hier reingucken so was wird gemacht die kapelle damit die stadt wachsen kann genau kontor bauhof der war noch gefragt für die stadtmauer oder sonne und dass die erstmal laufen arbeiter ist klar dass die da jetzt wählen kommen wir mal gerade hier oben hier oben ist auch noch was empfehlen was werden denn da für rohstoffe rohstoffe fehlen und zwar das ist honig würde ich sagen wo nicht fehlt um brot zum backen dann lass uns mal gucken aber hohe ich gibt sie nicht mehr gibt sondern aber nicht produktionstechnisch die haben wir jetzt gar nichts oder was produzieren auf jeden fall keine honig sagen und hier wird auch kein honig produziert haben die gleichen ein bisschen ist da die produzieren auch keinen honig die machen auch keinen honig schlecht nach hier oben gibt es gar keinen honig da müssen wir trotzdem nehmen und dann einbringen damit das dann mal besser wird oder so ein stadtbau kommt hier ein zum gebiet gott sei dank geht es allen gut beten wir mal na das kostet uns das alles noch mal das lassen wir erstmal das bringt ja uns ein kloster ja das müssen wir mal bauen und das geht ja auch machen wir das doch mal das kloster wo geht es denn noch hier geht auch hier fehlen jetzt die steiner ziegel da ist es schon vorhanden da fehlt jetzt hier noch eine statue schutz vor feuer so jetzt ist unser händler hier und honig war gefragt nehmen wir da mal ein bisschen mit und das bringen wir da hin damit der bäcker backen kann 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 man diese straße ausbauen der ist da aber die war es nicht die war es sieht wohl passend aus ok immer hier und dann da das mal raus so hier wird bier produziert und ja eigentlich brot aber das kannst du da gerade wenn wir das bier mal mit die werkzeug werden ja auch produziert sowie keramik auch mit und das eisen kriegen wir vier einheiten für einen guten preis sozusagen wird das haben eingepackt jetzt gehen wir mal hierhin aber den fehlt ja nicht so wirklich was oder ach da fehlen die baumaterialien kommen haben wir hier noch steine und wenn ihr wahrscheinlich gar nicht produziert haben wir da braucht man da sehen ja 80 ach die haben sogar da jetzt ja dann zack haben wir da gar nicht lange fackeln so an der bautruppe erst da über noch mal nix so so was haben wir können wir hier loswerden aber nun tut sich das nicht produzieren die nehmen wir mal ein paar mit so haben sie noch hemmen geht auch die stoffe gehen nicht weil da fehlt dann wohl die wolle oder an der wurde ist da müssen sie nur produzieren mal hier kann man sein lassen und da produzieren das bringt aber nix das könnten wir hier liegen lassen in dem sinne war man nicht das lohnt auch nicht ja das ist für 80 gekauft oder es geht gut runter haben sie was lohnt mich und nicht ihr könnt sogar ein anderes mal ja auch erst gekauft das bier aber die haben genug bier hier brauchen wir nix machen weg so gehen wir hier was haben die denn hier beim problem über produktion kaserne können wir bauen hier machen wir das doch was haben wir denn hier nicht sehr wohl hier bleiben und erst hier rein handel die haben hier genug hier können wir noch zukaufen aber zu teuer wieso ist der preis schon so hoch stehen naja und nicht 76 ich habe jetzt hier falsch geguckt naja salz haben sie ja 520 mit 30 und wir produzieren sie auch noch immer noch mit und rot gibt sie ja auch noch 10 dabei passt runter sagt die stadt nix und fehlt was rohstoffe fehlen mit freude was für rohstoffe fehlen denn da nach immer gucken wieder eisen waren oder mit tolle wir wollten ja erstmal hier hin was nehmen wir denn mit da nehmen wir mit steiner 150 dabei das ist auch noch ein guter preis kann man so lassen hier sind wir natürlich top mit dem preis hat gut geklappt hier haben wir aber doch verkaufen wir zwei wenn wir die zwei noch mit rot werden wir hier los komplett sogar zehn werkzeuge noch einpacken das salz geht hier auch weg und dann nehmen wir da wieder welche mit so das war es ein haus weiter gucken was die dann noch gebrauchen können damit immer irgendwann wachsen ok das ist nichts interessantes hier geht was die augen weg das haben sie auch nicht mit tolle aber die brauchen wir da unten für naja ne das lassen wir die 16 ich würde sie schon hier abliefern aber die produzieren hier und der preis ist so hoch und wo werkzeuge gehen auf jeden fall super zwei hemmen weg und früchte können wir auch gebrauchen so immer noch salz so ist bier geht komplett weg so ich weiß jetzt nicht ob 200 billig aber ich glaube das ist teuer weil die ja nur einen haben ja hier können wir sonst nichts umsetzen weiter nächste stadt die sind jetzt hier subventioniert worden damit es vorangeht ne andere sachen werden da jetzt gar nicht ja das ist unmöglich karte verschieben nur mit fall tasten ne so jetzt haben wir hier noch 200 zu verkaufen alles weg rupa hier ist es gleicher preis können wir gleich noch zukaufen das ist ja mittlerweile schon festgestellt dass das nix ist ok komm vier stück weg weil da haben wir was verdient ach so das wollten wir komplett haben 1821 lohnt alle nicht so zukaufen kohle eigentlich eher nicht der preis ist auch nicht ich glaube da wird es billiger da ändert sich der preis aus vor ort wie sieht es beim aus identisch ja dann getreide geht auch sofort hoch das geht auch nicht ja war es das erst hier ne dann gehen wir mal hier unten irgendwo hin da fehlen über produktion und hier rohstoffe aber warte mal machen wir erst den weg nach bursa und dann dahin jetzt kommen wir mal hier gerade rein was brauchen die denn da salz und fälle dann können die da weiter arbeiten gut ok aber ich würde sagen für die folge soll es erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr jetzt nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss